Im Zeitalter der Digitalisierung fordern Ihre Kunden schnelle, einfache und digitale Wege zur Identifikation. Ihr Unternehmen braucht neue Identifizierungslösungen mit hoher Konversion und Sicherheit. Weitere Anforderungen sind perfekte Integration in bestehende Prozesse für Zeit- und Kostenoptimierung. Das Post-Ident-Portal bietet klassische und neue digitale Identifikationslösungen aus einer Hand. Post-Ident-Video ist die neue Online-Identifikation über Video-Chat. Das professionelle Call-Center der Deutschen Post mit speziell geschulten Agenten bietet einen ortsunabhängigen und schnellen Identifikationsprozess über PC und Smartphones. Post-Ident-Video – in wenigen Minuten zur Identifikation. Und so einfach funktioniert es. Für die Video-Identifikation benötigen Sie Ihren Personalausweis oder Reisepass, Ihr Mobiltelefon sowie einen PC mit Webcam, Mikrofon und Lautsprecher. Bitte vervollständigen Sie im ersten Schritt Ihre persönlichen Daten und prüfen Sie Ihre Angaben. Wählen Sie dann das Ausweisdokument, mit dem Sie sich identifizieren möchten. Aktivieren Sie nun Ihre Webcam und erlauben Sie die Nutzung über Ihren Browser. Die Videoübertragung ist sicher. Alle Daten werden verschlüsselt. Testen Sie nun bitte Ihr Mikrofon über den angezeigten Pegelausschlag. Sie werden jetzt mit einem Mitarbeiter der Deutschen Post verbunden. Er führt Sie durch die Identifikation, prüft die holographischen Merkmale Ihres Ausweises, macht Fotos von der Vorder- und Rückseite und eines von Ihnen. Zum Abschluss der Identifikation wird eine SMS-TAN auf Ihr Mobiltelefon gesendet. Geben Sie die TAN in das dazugehörige Feld ein und schließen Sie den Vorgang ab. Wie Sie sehen, ist die Online-Identifikation über Video-Chat in wenigen Minuten erledigt. Postident durch Video-Chat – der einfache, schnelle und bequeme Weg, sich online von zu Hause aus zu identifizieren. Postident durch Video-Chat